Phokida Phokida, griechisch, ist eine Region in Mittelgriechenland, sie entspricht ungefähr der antiken Region Phokis. Phokida ist umgeben von den Regionen Böotien im Osten, Phtyotida im Norden und Italien-Akananien im Westen. Die südliche Begrenzung ist der Golf vom Korinth. Die Landschaft ist geprägt von Gebergen, die Gebirgsketten Wadosia und Giona erreichen Höhen um 2500 Meter, auch das Massiv des Panassos steht dem nicht viel nach. Nur das Tal zwischen Itea und Amphissa kann landwirtschaftlich intensiv genutzt werden. Wichtigster Anziehungspunkt der Region sind die antiken Städten von Delphi, die zum UNESCO-Weltkulturabe gehören. Mini-Pipe-Symbollage der Region Phokida in Mittelgriechenland. Orteverwaltungstechnisch gibt es in Phokida nur die beiden Gemeindebezirke Doreda und Delphi. Zum Gemeindebezirk Delphi gehören Delphi, moderne Gemeinde nahe der antiken Städte Itea, in der Antike Delhaven von Delphi Amphissa, Hauptstadt der Region. Der Wintersportort Arakova am Fuße des Panassos liegt in der antiken Region Phokis, nach moderner Einteilung aber in Böotien. Hintergrund Mini-Pipe-Symbol Vordergrund, Trinkwasserkanal für Athen im Tal zwischen Itea und Delphi Mini-Pipe-Symbol Fischzucht im Golf von Chorin der Name der modernen Präfektur, bzw. seit der Verwaltung Reform 2011 des Regionalbezirks, Phokida leitet sich von der antiken Region Phokis ab, der Heimat des griechischen Stamms der Phoka. Diese ist jedoch nicht ganz deckungsgleich mit der heutigen Verwaltungseinheit. So gehörte das gesamte Panassos-Massiv zum antiken Phokis, heute liegt nur noch dessen Westseite in Phokida, der Gipfel und der Nordausthang wurden hingegen Phtiutida, der Südhang Böotien zugeschlagen. Stattdessen wurde Phokida im Westen um die antike Region Doris, Heimat der Dora, nach denen die dorische Säulenordnung benannt ist, sowie einen Teil der westlichen Lucris erweitert. Der heutige Regionalbezirk Phokida hat somit eine Fläche von 2.210 Quadratkilometern, etwas kleiner als das Saarland, etwas größer als der Kanton St. Gallen, aber nur rund 40.000 Einwohner. Auf einen Quadratkilometer kommen also gerade einmal 18 Einwohner. Die massive Giona, 2.507 Meter, Vadosia, 2.495 Meter, und Panassos, 2.455 Meter, sind die höchsten Erhebungen in Mittelgriechenland und zählen zu den höchsten Bergen des gesamten Landes. Die bergige Landschaft erschwert die landwirtschaftliche Nutzung, abgesehen vom Olivenanbau, weshalb die Region traditionell dünn besiedelt ist. Daher bildeten sich hier keine mächtigen Stadtstaaten oder Städtebünde heraus, anders als in Artika, Athen, Böthien, Theben, oder auf dem Peloponnes, Sparta. Rund um Delphi gab es lediglich eine sogenannte Amphiktionie, d.h. einen lockeren Verband von Gemeinden, der eher religiös-kultureller denn politischer Natur war. Umso größer war die Bedeutung im religiösen und mythologischen Bereich. Der Panassos gilt als Berg des Apollon und Heimat der Musen, Göttinnen der Künste, und damit als Sinnbild der Lyrik bzw. allgemein der Kunst. In Delphi war nach Vorstellung der alten Griechen gar der Nabel der Welt, Ompalos, da sich hier die zwei Adler trafen, die Zeus von den beiden Enden der Welt losgeschickt hatte. Das Apollon-Heiligtum von Delphi gehörte zu den panhellenischen Heiligtümern, d.h. jenen, die überregional von allen Griechen verehrt wurden. Da viele griechische Herrscher das Orakel von Delphi um Rat fragten und ihre Entscheidungen davon abhängig machten, z. b. neue Kolonien zu gründen oder in den Krieg zu ziehen, hatte es, in Gestalt der weisagenden Apollon-Priesterin, Bythia, indirekt auch großen politischen Einfluss. Zudem kommt das Orakel und seine rätselhaften Aussprüche in zahlreichen griechischen Sagen und Dramen vor. Auch fanden hier die bütischen Spiele statt, nach den Olympischen Spielen die zweitwichtigsten unter den panhellenischen Wettkämpfen der Antike. Die Versuche der Foka und Logra, die Kontrolle über die Heiligtümer von Delphi auszuüben, die allen Griechen heilig und daher offiziell neutral waren, führten im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. zu einer Reihe von Kriegen mit wechselnden Bünd. Anreise in der Region selbst gibt es keinen Flughafen. Die nächstgelegenen Verkehrsflughäfen mit Linienverbindungen sind Nian-Kialos-Volos, Volumen. 150 km von Amphissa, Araxos-Patras, GPA. 155 km von Amphissa, sowie Athen, Aat. 200 km von Delphi. Züge der Linie Athen-Lai-Anokla, die fahren am nordöstlichen Rand der Region entlang, mithalten und andere in Amphiklia, Lilaia und Bralos. Alternativ kann man bis Livadia, Böthin, fahren, dort halten auch Fernzüge der Route Athen-Seseleniki, und dort in einen Bus Richtung Itea umsteigen. Wichtigste Routen im Straßenverkehr sind die Nationalstraßen 27, Bralos-Amphissa-Itea, und 48, Livadia-Delphi-Itea-Andereo. Mobilität als öffentliches Verkehrsmittel stehen nur Busse zur Verfügung, die meist von Delphokidas betrieben werden. Selbst zwischen den größeren Orten fahren nur wenige Busse pro Tag. Ein eigenes Auto bzw. Mietwagen ist daher sehr anzuraten. Aufgrund der bergigen Landschaft sind die Straßen sehr kurvig. Die Beschilderung erfolgt an den meisten Kreuzungen nur in griechischer Schrift. Sehenswürdigkeiten Höhepunkt und Maszi sind die antiken Städten von Delphi, namentlich der Apollon-Tempel, der Tholos im Heiligtum der Athene Pronea, die Schatzhäuser der Athena und der Sifnia. Sie gehören allesamt zum UNESCO-Weltkulturabe. Zudem befinden sich hier das Archäologische Museum mit zahlreichen antiken Kunstwerken und Ausgrabungsstücken sowie die kastalische Quelle. Die Burg von Amphissa, auch als Burg von Salona oder Burg von Oria bekannt, liegt sehr fotogen auf einem felsigen Hügel in 225 Metern Höhe über der Stadt Amphissa. Sie wurde an der Stelle der antiken Akropolis errichtet. Was wir heute von der Burg aus sehen, sind die Überreste der von den Franken im 13. Jahrhundert errichteten Burg, aber auch viele Elemente aus der byzantinischen und antiken griechischen Zeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF,